Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Leitwirtschaftssimulator 15 auf der Hofbergmann Map mit dem widerspenstigen Mais. Okay, siehst du, er sagt nicht mal was. Mit dem Randy. Hi. Mit Pixeln. Hallo. Spast und Freezy. Entschuldigung. So, jetzt loswerden. Du wirst ein bisschen Mais dann stehen lassen, damit das testen kann, oder? Hä? Achso, nee, wir haben noch andere Felder mit Mais. Achso, okay. Die auch nicht gehen. So. Hast du jetzt so ein Ding dran und probierst das schon, oder? Bin doch dabei. Mach dich das. Machst du die Stoppeln hier noch weg, die auf dem Feld stehen, Freezy? Ja. Das wäre super. Aber wenn wir jetzt hier drüber fahren, mit dem Kalkstreuer, dann haben wir doch wieder das Problem. Oh, mit dem geht's. What? Herzhaft jetzt, Herr. Gleich gesagt, ja, aber. Pixel, bitte. Jetzt gleich die stille Treppe, dass es so weitergeht mit dir. Ich hab's gleich gesagt. Ich hab euch gefragt, aber das habt ihr gepflegt, übergangen. Gut, dann jetzt noch ein anderer Test. Du kaufst jetzt bitte den Original-Häcksler. Den alten Solschuker? Nein, kauf den Original-Häcksler und guck, ob das geht. Den Kronebix X1100. So, wir warten jetzt hier kurz, Freezy. Ja, ich mach hier hinten die Stoppel hinweg. Sag mal, wenn du den gekauft hast, ich fahr das Ding hoch. Fünf, 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 fünf. Oh, da, da. Da, ich bin. Ja, ja, ja. schon mal ein hänger bitte hochfahren bin dabei nämlich hier langsam schlechte laune mit der scheiße hier mit dem mais kommen wir mit dem anhänger bitte zu feld da ist oder wo es jetzt noch mal ist 27 da waren wir die ganze zeit jetzt ist es nur in 20 ja ja dann halt doch da drüben heißt uns dieses stoppeln gehen gar nicht weg paar davon ja dann lasse ich gehen wenn sie auf ewig verrecken so ich komme sie durch den wald gedüst nicht wundern ach ja es ist noch mal an mao am himbeere die gemischte packung geil ich habe zwei packungen matschmatschkaukau hähäähä ohhhh tschuldigung so bin dann feld 27 da hingeworz steht da aber gerne mal hin oder nicht da komme ich mal schnell zu dir Obwohl, ne, Pixel kommt schon. Ja, allerdings. Ach nee, warte mal, ich bin gar nicht am 1420. Loll. Ich muss ja noch hier runterfahren. Brauchst erst gleich noch ein Mauern. Ich weiß, so geil war. Liebe Mauern gibt es noch viel zu selten, ey. Es ist mal eigentlich nur, wenn wir die mal geschenkt bekommen. Echt? Ich kaufe, kennst du, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Streifen. Die sind auch so wie Mauern, aber... Ja, da, wo der andere Engel steht. Da ist, auf dem Feld. Was? Wo der andere Engel hier drüben steht, der Graue, auf dem Feld. Ja, aber, achso, gut. Und hier soll ich jetzt, äh, das abstellen, oder was? Okay. Und hier soll ich die noch warten, bis du da bist. Aber da ist es auch. Warte mal, warum jetzt noch solche Stoppel? Inten am Feldschirm noch ein paar Stoppel, die kann ich nicht wegprobern. Vielleicht kriegst du die weggehäckselt. Ja, ja. Macht denn der das Ding nicht an? Ähm, ja, das klopfen vorne, 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 funke. Warte mal, das war der Helfer. Da, da wieder nicht. Ey, ich gebe dir gleich einen Anfall. Macht den der Bob. Machst du dann noch eh mal so, die, äh, komplett fertig bist dann auch eh mal außenrum? Oder wird das, kann ich gleich machen? Weil ich fahre ja gerade noch mal drüber. Ja. Da fährt mich vorne nicht zurück. Moment, lass mich mal, ne. Handbremse vielleicht dran? Ja. Ne. Warte, warte. Wo war's denn jetzt? Hier. Lass mal anmachen. Warte auch nicht. Ne. Wechsel doch nicht. Da steht kein Schwein. Und das ist der, der standardmäßig dabei ist? Das ist der originale. Ist auch das original Schneidwerk, oder? Das ist das original Schneidwerk. Das versteht kein Mensch. Du? Ja. Können wir nur so wegnehmen. Ne. Ne. Neuer ansehen und dann beim nächsten Mal mit Versionsupdate dann hexen. Wenn's geht. Wenn's geht. Dann verkauft den originalen wieder. Geh wieder auf 20.000. Das Beast Pack verhalten wir erstmal. Und sehen, ob's geht, wenn's Update drauf ist. Oder? Jo. Oh man. Versteh ich echt nicht. Das ist mir zu hoch. Okay. Na ja, warte. Jetzt müssen wir mal was anderes machen. Ist halt nicht dafür ausgelebt. Das ist mir absolut ein Rätsel. Was ist das nächste Feld? Das hier nebendran. Also 27 oder was? Leer. Ach, du bist leer, ja. Entschuldigung. Aber warte Freezy, das geht ja. Also wir können's ja jetzt abernten. Ja, ich will nur die Sämaschinen da hinstellen und eben da hinten meinen Anhänger wegfahren, der da noch im Weg steht. Gut. Und damit ich dort schon mal alles hier hab, weißt du. Echt sehr komisch. Ach so, wir waren auch stehen geblieben. Kann das sein, dass wir auch beim Heu stehen geblieben waren? Es ging, ich wollte das irgendwie versuchen, ja. Also wo hat man da jetzt so gemacht? Auf jeden Fall unten, irgendwo beim Händler eine große Wiese, meines Erachtens, ne? Beim Händler, ne? Was hat denn eigentlich die Tic Tac? Den hat... Hatten wir da schon mal was aufgesammelt, ne? Also 11 jetzt. Ich glaube nicht, ne. Da war aber zuvor gesteckt geblieben. Da willst du die 5 Minuten nochmal nützen, um über Weihnachten zu reden? Das ist ja meine gar nicht dazu gekommen. Naja, das war ja auch noch nicht. Lustigerweise. Es war ja noch kein Weihnachten. Aber wir können ja kurz drüber reden. Was wünscht ihr euch, oder was habt ihr euch denn so gewünscht? Tschöke. Na ja, gewünscht. Weltfrieden, Liebe. Kino hat sich orthopädische Stützstrümpfe gewünscht, habe ich gehört. Ja, Leute, aber dann so ein Christmislacher und alles gerne. Ja, lass ich doch mal was. Einmal lustig sein, ne? Der Pixel. Ne? Nein, nein, hat das der Reiser gewünscht. Gewünscht habe ich mir ein Audio-Interface. Oh, okay. Und der Pixel, ach ja, sein Lenkrad, das hat er, glaube ich, schon gekriegt, ne? Und Renni? Gar nichts. Gar nichts? Ich habe ein Kuvert von der Oma gekriegt. Da wird eine nette Karte drin sein und ein paar Scheine. Ja, Mutti, das diskutiere ich dann nächstes Jahr noch aus, weil die war sich halt auch sehr unsicher. Ja, ansonsten, von Tino bekomme ich was. Von den unbekannten Wichler habe ich was bekommen. Das war ganz lustig, so ein Bayern-Paket. Weißwurst, Frostbräden, Sauerkraut, den ganzen Schmutz. Da kann ich auch einer nicht leiden. Ach, nö. Da meint er halt, oh, ne, von Leipzig, ich aus München, tauschen wir halt da, ne? Das ist auch klar, mach mal. Naja, das und ansonsten. Ich kriege hier eine Meise, ne? Ja. Hat ja alles gepasst. Schaffetino freut sich über. Das ist ja auch. Ey, das Heu. Ne? Warte mal, warte mal. Warte mal, hier liegt ein bisschen Gras. Mal gucken, was passiert in der Stadt drüberfahren. Ja, sammelt er auf und es wird zu Stroh. Heuer kennt er nicht. Ja, ich habe eine schöne Kamera. Mir gewünscht. Was für eine? Die Canon Pixel. LeGria, Mini X. Also die Ideale haben, kann das sein, ist das die? Ja. Diese Vlogcam, ja? Ja, genau. Die kleine wäre es hier. Das war jetzt der Unterschied dran. Die kann nur bloß HD, ne? Ne, ne, ist die große. Die kleine ist die, nur die Canon LeGria. Hast du nicht gesagt, das haben Mini X? Ja, aber das ist die größere. Also das ist die, die Full HD kann und die besseren Mikrofone hat. Aber die ohne X hat doch auch Full HD. Ne, die hat glaube ich nur 720p, oder? Weiß ich nicht, also. Ehe nachdem, der Freezy geht jetzt unter die Flocker. Mal schauen. Jetzt klar, überall mitnehmen, ne? Also wie das die anderen auch machen. Beim Einkaufen, bei der Stadtverwaltung. Ich habe ja gedacht, die Flocker sind Vampirjäger. Uh, der war schlecht. Du hältst seinen Maul. Das sind ja meine besser. Das sind die meiner Oma besser. Und die ist schon ein paar Jahre tot. Und... Pflock, doch. Wir schauen, dass es schon wieder gut ist, ne? Darf doch. Hat zwar gerade einen Moment gedauert, aber... Wie Flocker. Vampirjäger. Ja, komm Freezy, ne? Also dann, wie gesagt, überall. Beim Einkaufen, wenn du in der Stadtverwaltung irgendwo bist, gehen an. Überall. Einfach sind das Neilabern, zusammenschneiden. Cool, immer gut. Und drunter legen, hochladen. Was kostet der Easy Collect, das zum Aufsammeln. Für die Mähdrescher. Ach ne, das gibt es ja gar nicht für den Mähdrescher. Ne, ne, das muss an den Häckseler dran. Ja, mach mal. Cool, was kostet das? Easy Collect oder Easy Flow? 14.000 kostet das Easy Flow. Du brauchst, also wenn schon das Easy Flow. Dann häckselst. Ah ne, ne. Soll ich einfach mal gucken? Moment. Moment. Ich brauche den Easy Flow, ja. Jo, jetzt kürze ich dir. Aber den vom Krone, ja? Also den vom Mod. Ne, ne, den vom Original habe ich jetzt. Es gibt dafür das Beast Pack. Da ist ja auch einer drin. Ist richtig, ich habe jetzt den Original. Ja, dann halt den Original. Mach kein. Mach, 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 mach. Wir sind fertig. Du grummelt ja vor sich hin. Halt's Maul. So. Andere Antwort kriegst du heute nicht mehr. Das kannst du wissen. Sehr gut. Live bei uns. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei Fisi und Randy vorbei. Lass das Däumchen da. Und, ähm, ja. Bis dahin. Peace. Tschüss. Ciao. Ciao.